so leute und herzlich willkommen hier zur halloween verlosung der warp wurde wieder mittlerweile wieder umdekoriert wie ihr seht also hier gibt es keine kürbisse mehr kein blut mehr kein gar nichts und ja wie gesagt die kürbiskopf halloween verlosung ist jetzt vorbei wir haben heute den montag ich habe es gestern nicht mehr geschafft das irgendwie zu machen auf jeden fall den kürbiskopf darf sich dann der gewinner den ich hier nachher dann mit random.org ermittle quasi abholen hier von mir und es wurden genau jetzt hier gerade so genau ein stack stein gekauft das bedeutet es haben genau 64 naja teilnehmer mitgemacht sagen wir mal so und es haben in den youtube kommentaren glaube ich 17 leute mitgemacht das heißt 17 leute hatten die chance auf so einen kürbiskopf und es hatten hier 64 leute die chance auf den kürbiskopf hier so und da ich ja noch eine kürbiskopf brauche habe ich mir gedacht ich finde mal kurz mit euch zu bieten shop so da müssen wir mal ganz kurz hier so rauf und wenn wir uns nochmals und kürbiskopf köpfchen sack denn ich brauche ja noch einen für die halloween verlosung als gmw s3 oder gut das heißt das gibt es den zweiten für den kürbiskopf den stelle ich am besten gleich mal keine ahnung wo fragt man den hinden den packen wir mal ganz easy da hier so dran auf jeden fall die kürbisköpfe darf sich dann derjenige abholen der die gewinne ich werde am ende des videos noch mal kurz die verlosung in random.org machen wir das ganze auch aufnehmen da müsste man vertrauen ich habe das ganze halt in eine liste eingegeben das heißt ich habe alle 64 namen also zum beispiel wenn jetzt nur das beispiel jetzt der die videos hat zum beispiel zehn dinger gekauft zehn steine das heißt ich habe den zehnmal in die liste reingemacht der fabio zum beispiel drei der smp hat zum beispiel acht gekauft der teofender zum beispiel sieben und so weiter und so fort also ich habe da quasi alles so oft in der liste also jetzt dann später auf google sehen auf google chrome ich habe mir da extra anders aufnahmeprogramm kohlwelt frappe nicht das internet aufnehmen kann also den browser ja auf jeden fall was soll ich sagen war es eigentlich schon so ziemlich die 17 leute was ist den youtube kommentaren habe ich auch rausgeschrieben und ja dann sage ich mal danke fürs mitspielen liebe leute vielleicht könnt ihr mir mal kurz in die kommentare vom video schreiben ob euch die verlosung gefallen hat und ob ich sowas denn öfter machen soll natürlich auch mit youtube kommentaren damit halt leute die nicht so viel geld hat unter anführungszeichen haben um sich so ein stein zu kaufen auch mitmachen können und ja könnt ihr mal in die kommentare schreiben wäre ganz nice bis dann leute tschüss also bis gleich eigentlich in google so leute und hier eben wie versprochen nochmal ganz kurz die youtube verlosung von den youtube kommentaren ich hoffe ich habe alle erwischt dieser dieser so reingeschrieben haben mit dem sinn von halloween ja der typ hat hier gewonnen und ja das ist ja ich lese mal ganz kurz noch mal vor das ist der minecraft lps 2 6 0 5 2 0 0 0 der hat quasi bei der youtube verlosung den kürbiskopf bekommen und der unterstrich smp unterstrich hat bei der katkon steinkisten wie auch immer verlosung gewonnen also die die man selber kaufen konnte hier sind wir noch mal die ganze liste und ja 64 leute haben da teilgenommen und 64 listen quasi habe ich hier gemacht und der liebe smp steht eben ganz oben also herzlichen glückwunsch noch mal danke fürs mitmachen an die anderen tut mir leid es ist immer so bei einem gewinnspiel es kann halt nur einen gewinner geben ich habe wirklich die liste reingepackten random.org habe auf random output oder wie das heißt randomized geklickt und den ersten versuch quasi da gleich reingenommen unten seht ihr auch die uhrzeit das war vor naja heute halt in der früh oder besser gesagt nach dem mittagessen auf jeden fall danke fürs mitmachen liebe leute ich hoffe es hat euch spaß gemacht und bitte nicht zu böse sein falls ihr da irgendwie nicht gewonnen habt oder so nicht dass ihr jetzt in die kommentare irgendwie schreibt rotax du bist ein arsch naja stimmt schon aber jetzt spaß beiseite ja ist halt sowieso ein gewinnspiel und wie gesagt glückwunsch an den gewinnern noch mal an also an die beiden gewinner quasi von den zwei kürbisköpfen einmal aus den youtube kommentaren mit einer 1 zu 17 chance und naja aus 64 teilnehmern hat halt der smp gewonnen der hat auch glaube ich sieben mal oder acht mal mitgespielt und ja wie gesagt herzlichen glückwunsch noch mal und dann war es das von meiner seite her bis zum nächsten mal liebe leute tschüss euer rotax